Willkommen zum großen Marktausblick in dieser Woche mit WA Self-Invest und Fit for Finanzen. Mein Name ist Andreas Bernstein. Der Roland Jägen wird gleich hinzukommen und dann blicken wir nicht nur zurück auf die Notenbankentscheidung der Vorwoche, sondern auch nach vorne auf die anstehende in dieser Woche. Guten Morgen Roland. Hallo Andreas und guten Morgen an alle Teilnehmer. Ja, das war tatsächlich eine Woche mit vielen Emotionen, die wir unter anderem auch in der Notenbank-Sitzung gesehen haben. Ein paar waren der Ansicht, dass das noch ein bisschen zu früh ist, was die EZB jetzt hier mit ihrer Zinssenkung gemacht hat. Ich zähle dazu und deswegen bin ich auch ein bisschen heiser, nicht vom Jubeln, sondern eher vom Schreien. In der Tat gab es viele kritische Stimmen, auch nachdem die EZB jetzt vor der US-Notenbank hier den ersten Zinsschritt auf der Unterseite gegangen ist. Und ja, wir haben ja in der vorletzten Woche auch schon gesehen, sowohl im Euroraum als auch in Deutschland sind die Inflationsdaten weiterhin auf relativ hohem Niveau, muss man sagen, sind sogar noch mal leicht angestiegen, auch im Vergleich zu den Vormonaten. Von daher, ja, der Markt hat es eingepreist und es war dann auch letztendlich nicht überraschend, dass dieser Zinsschritt kam. Aber wir sehen es in den USA, die FED lässt sich da noch einiges an Mehrzeit vermutlich. Die Arbeitsmarktdaten haben so ein gemischtes Signal gezeigt, sind aber weiterhin robust. Mehr neu geschaffene Stellen auf der anderen Seite zwar auch eine leicht höhere Arbeitslosenquote entsprechend. Und da muss man schauen, wie dann insbesondere der Ausblick aussieht mit den Zinsschritten. Es wird ja, was der allgemeine Konsens sagt und auch, was der Markt eingepreist hat, keinen Zinsschritt geben in den USA. September war mal ein Thema, mittlerweile sieht man im FED-Watch-Tool, teilweise peilt man sogar erst November an oder peilt der Markt erst den November an als erste Zinssenkungsmonat. Und ja, da darf man sehr gespannt sein, nicht auf die eigentliche Zinsentscheidung, sondern eher auf die Pressekonferenz mit Jérôme Paul, was er dann da Neues oder Nicht-Neues zu sagen hat. Ja, das wird Mittwoch ab 20.30 Uhr stattfinden, da hat der DAX schon geschlossen. Aber wir beginnen natürlich traditionell mit dem DAX und der ist nicht nur von Wirtschaftsfaktoren momentan getrieben, sondern auch von politischen Faktoren. Wir hatten am Wochenende die Europawahl und viele Kommunalwahlen und da zeigt sich ein ziemlich eindeutiges Bild im Westen. Geografisch betrachtet die CDU, starker Spitzenreiter im Osten, die AfD, aber beide Parteien, die sind ja gar nicht in der Regierung. Ganz genau und die Regierungsparteien wurden alle abgestraft, kann man sagen, am meisten natürlich allen voran. Die Grünen, das sieht man aber auch in ganz Europa letztendlich, nicht nur in Deutschland, dieses Bild entsprechend, dass es eher in den Bereich etwas rechteren Parteien geht entsprechend. Aber teilweise muss man natürlich auch sagen, in Europa sieht man natürlich eine enorme Regulierung. Da wird ja sogar die Größe jeder Gurke und Banane mittlerweile reguliert. Mittlerweile sind sogar die Milchpackungen, wo man sich morgens ärgert, dass man die nicht mehr wirklich aufbekommt, weil man den Deckel nicht mehr abbekommt. Und auch das im Hintergrund einer EU-Regulierung und von daher kann man natürlich teils EU-kritische Stimmen auch durchaus verstehen, wenn es um diese Details geht hier entsprechend. Und da muss man schauen, ob es im Europaparlament jetzt auch die Mehrheiten gibt. In der Mitte, da hat man ja auch entsprechend von den konservativen Parteien hier schon die Liberalen und auch die sozialdemokratischen Parteien angesprochen, dass es vermutlich dann dennoch letztendlich hier eine Regierung der Mitte geben wird, auch in Europa. Und ja, der DAX ist leicht unter Druck geraten jetzt entsprechend. Auch in Frankreich wird es Neuwahlen geben entsprechend. Die hat Emmanuel Macron gestern Abend angekündigt. In Deutschland gibt es ja auch kritische Stimmen, die sagen, ja, Olaf Scholz kommt eigentlich gar nicht mehr zumindest an der Vertrauensfrage vorbei, wenn nicht sogar an Neuwahlen. Davon will man im Regierungslager noch nichts hören entsprechend. Aber dann darf man gespannt sein, wie kritisch da auch die Berichterstattung weitergeht. Der DAX, ja, wir haben es angesprochen, der testet ein wichtiges Unterstützungsniveau jetzt zum wiederholten Marke. Im Future ist es diese Marke von ca. 18.500 beziehungsweise knapp darunter. Und auch in den kleineren Zeiteinheiten sieht man auf Quartalsbasis ist das gleichbedeutend hier auch mit dem V-Web des aktuellen Quartals. Sollte diese Marke nicht halten, könnte da durchaus vielleicht eine Bewegung von 250 bis knapp 300 Punkten reinkommen, nochmal auf der Unterseite. Die nächste wichtige Unterstützung in dieser höheren Zeiteinheit liegt bei ca. 18.150 bis 18.200 hier entsprechend. Und ja, da muss man schauen, im großen Bild sieht man ja sogar, dass da sogar die 18.000 nochmal Thema werden könnte. Also hier sieht man die 18.000 als runde Marke, als potenzieller Unterstützungsbereich. Der V-Web des aktuellen Jahres, der ja hier entsprechend im Mitte April nicht ganz getestet worden ist, zieht so langsam nach, liegt aktuell bei 17.800. Und könnte durchaus im Verlauf der nächsten Monate hier nochmal ein Thema werden. In den ganz kleinen Zeiteinheiten sieht man ja, es war letztendlich eine seitwärts gerichtete Woche, die wir hier im DAX hatten entsprechend. Und ja, am Freitag gab es zunächst die negative Tendenz auch hier zu den US-Arbeitsmarkt. Da hatten dann eine kleine Erholung. Aber jetzt starten wir die neue Woche auch mit einem Abwärtsgap. Entsprechend haben wir das Tief der letzten Woche hier schon getestet. Dort gab es jetzt eine kleine Gegenbewegung und da muss man schauen, ob diese Unterstützung weiter im Verlauf des Handelstages hält. Ansonsten könnten die Marken, die ich genannt habe, auf der Unterseite dann durchaus auch nochmal ein Thema werden. Entsprechend, ja, auf der Unterseite in der kleinen Zeiteinheiten sieht man das Gap. Seitdem eigentlich jetzt nur eine Seitwärtskonsolidierung und da muss man schauen, ob wir jetzt nochmal in diesen Gap-Bereich hier auch hinein handeln oder dann vielleicht auf der Unterseite hier den Ausbruch erleben werden. Wer pendelt im Grunde genommen in der letzten Stunde als Index um die Tiefs, die wir am Freitag gesehen haben, also ziemlich genau, wird das immer wieder angelaufen, kann sich nicht nach oben wegbewegen, nicht nach unten. Und apropos Gap, wir hatten am Freitag ja so eine starke Abwärtsbewegung, dass wir das Gap vom Mittwoch auf den Donnerstag geschlossen hatten und auch das von Dienstag auf den Mittwoch. Also alle Gaps der Vorwoche sind bereinigt. Genau, die sind bereinigt. Das sind die größeren Gaps, die wir hier in der letzten Woche ausgebildet haben. Am Freitag dann doch eine große Marktbewegung und entsprechend auch eine große Gegenreaktion in den Nachmittagsstunden entsprechend. Aber jetzt ist die Schwäche ganz klar wieder da, insbesondere natürlich auch durch die Ergebnisse dann der Europawahl. Und da muss man schauen, wie das in den nächsten Stunden weitergeht. Da muss man natürlich auch auf die News schauen. Also ich denke, wenn jetzt auch der eine oder andere Politiker vielleicht auch im Laufe des Tages noch vor die Mikrofone tritt, könnte das durchaus hier auch für Ausschläge in die eine oder andere Richtung sorgen. Ja, das möchte ich meinen. Und vielleicht noch ein Satz nach der Europawahl in Bezug auf die Börsen. Also es gibt ja noch nicht diese Vertrauensfrage oder diese Wiederwahl, die quasi von den Politikern geäußert wurde, zumindest von denen, die im Amt sind, die das äußern müssten dann in dem Fall. Und deswegen hält sich der DAX noch relativ gut, wenn man nach Frankreich schaut. Da ist der Kackerau und ich weiß gar nicht, ob wir den hier als Chart mithaben. Schon 1,6 Prozent im Minus und da merkt man, politische Unsicherheiten sind eben auch für die Wirtschaft, für die Börse nicht gut. Ich muss mal schauen, die Euronext habe ich mir hier nicht freigeschaltet im Future, weil wir die in der Regel nicht analysieren. Also wir haben sie auch, die Euronext, aber wir haben natürlich auch das CFD entsprechend. Von daher nehmen wir das hier gerne einmal mit hinzu entsprechend und schauen uns das gerne auch in einer größeren Zeiteinheit ein an. Entsprechend der französische Index ist klar unter Druck geraten jetzt in den heutigen Morgenstunden. Man sieht auch das Gap hier auf der Unterseite entsprechend. Zuletzt konnte man sich ja noch auf hohem Niveau hier entsprechend auch halten, aber es sieht in der Tat so aus, als könnte hier auch eine wichtige Unterstützung jetzt unterschritten werden. Das ist diese Marke von ca. 7.900 bis 7.925, die wir jetzt heute in den frühen Stunden unterschritten haben. Und hier sieht man den 200-Tage-Durchschnitt auf der Unterseite. Der ist schon seit vielen Monaten nicht mehr getestet worden. Könnte durchaus hier auf der Unterseite auch nochmal ein Thema werden in den nächsten Wochen. Darüber vielleicht auch noch eine kleine Unterstützung hier zu sehen bei ca. 7.700. Also das wären jetzt die nächsten Marken hier auch im KAC 40 entsprechend, auf die es zu achten gilt. Ja und da sind die Spitzenwerte, die verkauft werden mit über 5% Abschlag. Die Banken aktuell bei uns in Deutschland sind es ja eher die Automobilwerte. Also man kann schon sagen, den Schlüsselindustrien geht es so ein bisschen an den Kragen bei politischer Unsicherheit. Ja, das auf jeden Fall. Das haben wir auch in den vergangenen Monaten teilweise schon gesehen. In der Wirtschaft in Deutschland insbesondere geht es nicht allzu gut. Und dann sieht man immer wieder einzelne Sektoren. Jetzt zuletzt entsprechend diese Sparte, die dann immer wieder unter Druck gerät. Ja, viel, viel besser als der DAX, der auf Wochensicht 0,2% nur zulegen konnte. Nur muss man da sagen, ist der Nasdaq. Der hat nämlich 2,5% zugelegt und schon im Wochenverlauf neue Allzeithochs herausgestellt, die am Freitag auch nach den Arbeitsmarktdaten sehr gut verteidigt wurden. Ein leichtes Minus am Freitag, aber auf Wochensicht 2,5%. Das kann sich sehen lassen. Das kann sich sehen lassen. Und jetzt eher eine Konsolidierung auf sehr hohem Niveau, nachdem wir die Allzeithochs ausgebildet haben. Der kleine Rücklauf. Und da sieht man auch auf Wochenbasis entsprechend hier diese positive Entwicklung von circa 2,5% Punkten, die der Index zugelegt hat. Und auch sehr, sehr viel Volumen hier im oberen Bereich der Wochenrange ausgebildet hat. Über der 19.000 im Future bei circa 19.070. Hier sehen wir jetzt auch eine kleine Schwäche im Vergleich zu den Freitagskursen entsprechend. Aber wir sind innerhalb der Value Area der Vorwoche entsprechend. Von daher vielleicht sehen wir hier einen kleinen Rücklauf auch nochmal. Wir sind im Bereich von 18.850. Das ist für mich auch eine wichtige Marke der VWAP der letzten Woche. Und da muss man schauen, ob hier die Hochs auch nochmal angelaufen werden. Über 19.065, das war hier der VWAP der letzten Woche. Knapp darüber dann auch das meistgehandelte Volumen. Der Weg natürlich auch sofort wieder frei zu neuen Allzeithochs. Wir klicken später nochmal auf die Marktbewegungen ein. Seitens der Aktien, die natürlich den Index extrem beeinflussen. Aber zuvor noch den S&P 500. Den hatten wir nämlich auch auf einem Allzeithoch gesehen. Zeitgleich mit dem Nasdaq übrigens am Mittwoch. Und der bleibt weiterhin recht stabil. Der Flutsche über der 5.300. Ja, weiterhin sehr stabil in diesem Bereich von ca. 5.350 hier im Future. Und hier sieht man auch entsprechend auf Wochenbasis ein sehr positives Bild. Das Plus fiel etwas geringer aus als in den Technologiewerten. Entsprechend ca. 1,2, 1,3 Prozentpunkte. Und hier sieht man jetzt auch einen kleinen Rücklauf auch von den Freitagshochs entsprechend in diesem Bereich. Also hier könnte durchaus auch nochmal diese Marke von ca. 5.325 angelaufen werden. Und da muss man schauen, ob diese Marke hält oder ob die komplette Value Area durchlaufen wird. Über 5.360 hier auch der Weg frei Richtung Allzeithochs. Ja, beim Dow Jones dauert es da noch ein bisschen. Du hattest uns da ja eine sehr interessante Schwelle aufgezeigt. Die lag um die 38.000. Eine hatten wir noch um die 39.000. Und genau dazwischen bewegte sich der Markt am Freitag. Ganz genau. Der entsprechend kam hier auch etwas zurück, nachdem er doch eine positive Bewegung auch hingelegt hatte. Vorher, seit er diese 38.000 hier im Future getestet hat. Er kommt etwas zurück. Er ist ziemlich genau auf dem Niveau des VWAPs des aktuellen Jahres entsprechend. Und ja, da hat sich nicht allzu viel getan jetzt entsprechend. Ich denke, auf der Oberseite, solange diese Marke hält, ist dann wieder Potenzial vorhanden, bis in den Bereich von ca. 39.400. Das könnte vielleicht ein kleines Widerstandsniveau hier auch darstellen. Sollten wir in dieser Woche hier auch eine Aufwärtstendenz im Dow Jones sehen. Auf Wochenbasis war der Markt hier auch nicht ganz so stark wie die anderen beiden genannten Indizes leicht im Plus. Ähnlich wie der DAX entsprechend, also es war hier auch nach dieser Schwäche am letzten Montag dann eine aufwärtsgerichtete Trendwoche mit einem leichten Plus. Jetzt sind wir auch wieder ziemlich genau in der Mitte der Range und der Value Area der letzten Woche. Also hier könnte sich eher ein Ausbruchsszenario dann auch ausbilden in den nächsten Stunden oder auch in den ersten Handelstagen dieser Woche bis zur FED-Entscheidung, dann vielleicht am Mittwochabend über 39.000. Sicherlich hier mit einer positiven dynamischen Reaktion auf der Unterseite zu rechnen. Unter 38.650. Eher die Gefahr, dass auch die Vorwochentiefs und vielleicht auch nochmal die Tiefs der vorletzten Woche hier ein Thema werden könnten. Belastet wurde der Index unter anderem auch durch die Öl-Schwergewichte, da kommen wir auch gleich nochmal drauf zu sprechen, zuvor noch als letzte erste Klasse der Bitcoin. Der hatte sich fast schon an die Allzeithochs herangeschlichen, aber scheint dort doch Respekt zu haben. Und jetzt sehen wir zum Wochenauftakt wieder Kurse unter 70.000. Genau, aber wir haben im Verlauf der letzten beiden Wochen ja auch die alten Allzeithochs ja aus dem Jahr 2021 nochmal zurückerobert. Die testen wir aktuell ziemlich genau von oben. Das heißt, die liegen ja knapp unter der 70.000-Punkte-Marke. Im Future sind wir jetzt knapp 200 Punkte unter der 70.000. Man hat jetzt mehrmals hier auch diese Hürde von ca. 72.000, 72.300 getestet. Darüber könnten wir vermutlich sehr, sehr schnell dann auch die neuen Allzeithochs sehen. Also vielleicht sehen wir in dieser Woche ja eine weiter positive Entwicklung und dann auch irgendwann einen Ausbruch auf der Oberseite. Aktuell ist es jetzt eine Konsolidierung auf Fobenniveau, wenn man die Kurse auch der letzten Wochen hier zum Vergleich nimmt. Und ich würde den Bitcoin weiterhin positiv sehen, insbesondere wenn wir hier nochmal über diese Marke nach oben ausbrechen. Ja, halten wir auf alle Fälle im Auge. Und jetzt blicken wir gern auf die Verlierer und Gewinner aus der letzten Woche. Du hast uns die Aktien aus den jeweiligen großen Indizes aufbereitet. Genau, der Dow Jones ähnlich wie der DAX, nur leicht im Plus gewesen. Von daher bei den Aktien hat es sich in etwa auch die Waage gehalten. Ziemlich genau 50-50. 15 Einzelwerte im Plus, 15 im Minus. Auf der Verliererseite hier zu nennen, zum Beispiel eines der Ölwerte mit Chevron minus 3,8 Prozent. Dow Inc. und American Express haben auch mehr als 3 Prozent Punkte abgegeben. Auf der Gewinnerseite zu finden eine Merck & Co., eine Amazon und eine Boeing mit deutlichen Zugewinden hier von 7,1 Prozentpunkten. Im Nasdaq sehen wir hier auch ein gemischtes Bild. Entsprechend 63 Einzelwerte waren im Plus, 37 im Minus, also etwas positiver, circa zwei Drittel, ein Drittel. Hier gab es deutliche Abschläge bei Mercado Libre, bei einer Constellation Energy und bei Sirius XM Holdings. Im Plus und teilweise sogar deutlich zweistellig waren hier eine Illumina, eine Nvidia und die Crowdstrike war der Gewinner der letzten Woche mit plus 11,3 Prozent. Bevor jetzt einige den Herzinfarkt nahe sind beim Blick in die Depots, wenn sie Nvidia im Depot haben, fangen wir vielleicht mal mit der Aktie kurz an. Denn da wird es heute einen Aktiensplit geben, beziehungsweise Freitag nach Börsenschluss wurde der technisch eingepflegt. Der wurde eingepflegt, beziehungsweise von uns dann auch in den frühen Morgenstunden und das war in der Tat auch der größte Stocksplit auch unserer Freestalks-Geschichte. Also da wurden wirklich, glaube ich, Hunderte an Positionen entsprechend hier mit dem Stocksplit bedient und dann entsprechend um das Zehnfache hier erhöht. Das heißt, wer vorher eine Nvidia-Aktie hat, hat jetzt zehn und der Kurs entsprechend demnach nur noch ein Zehntel. Das heißt, wir sprechen jetzt hier noch um leicht dreistellige Kurse von 120 Dollar. Also nicht erschrecken im Chart, wenn die Nvidia heute bei circa 120 Dollar dann eröffnen wird. Das Chartbild weiterhin sehr, sehr positiv. Die Aktien im sehr starken Aufwärtstrend. Neue Allzeithochs in der letzten Woche bei 125 Dollar entsprechend. Jetzt müssen wir uns an diese Zahlen gewöhnen und die Aktie immer noch auf hohem Niveau. Und jetzt muss man schauen, ob sie vielleicht etwas zurückkommt bis in den Bereich von 115 Dollar oder auch in den Bereich von 110 Dollar, dass vielleicht die ersten Unterstützungsniveaus dann auf der Unterseite tendenziell nach Stocksplits häufig die nächsten zwölf Monate sehr, sehr positiv, muss man sagen. Da gibt es häufig eine deutliche Outperformance auch im Vergleich zum Index. Von daher, das muss ich aber nicht direkt natürlich in den ersten Handelstagen oder Wochen herauskristallisieren. Aber Stocksplits insgesamt eher positiv, auch für einen Aktienwert, weil natürlich jetzt auch wieder kleinere Anleger die Aktie kaufen können, denen vielleicht 1000 Dollar und mehr dann doch zu groß war. Also kleinere Depots werden wieder zugreifen bei Nvidia. Und Stückelungen oder Teilverkäufe sind natürlich dann auch wieder besser möglich. Von daher könnte das durchaus gerade von der Retail-Seite, von den Privatanlegern nochmal zu neuem Kaufinteresse auch in der Nvidia führen. Vielleicht wie bei meinem Nachbar, der hat immer so Post-its an seinem Computer, wo dann steht, wenn Nvidia unter 700 notiert kaufen, das wäre ja heute der Fall. Dann wird er vermutlich heute groß einsteigen. Genau, wer weiß, wer weiß. Ja, ein anderer Werte, der noch stärker war als die Nvidia. Ja, ich meine mit 10 Prozent, die war zwischendurch deutlich ja auch bei über 3 Billionen Marktkapitalisierung schon mal angekommen auf einem Level mit Microsoft und Apple. Ganz genau. Und da kam dann nochmal etwas zurück. Von daher, sie gehört mittlerweile dann wirklich zu den Top 3. Hat da im Verlauf der letzten Monate ja auch einige Größen überholt. Zum Beispiel eine Alphabet, da freue ich schon eine Tesla entsprechend und auch eine Amazon. Von daher, ja, man gehört zu den Top 3 Werten hier in den USA. Und da muss man schauen, ob man sich weiter da behaupten kann. Und vielleicht sogar irgendwann an den zwei großen Apple und Microsoft kratzen wird. Ja, da gibt es ja von Apple heute übrigens eine Softwareentwicklerkonferenz. Und da kann man auch was live wieder mitverfolgen. Schauen wir uns die Apple mal an. Die hatten wir die letzten Wochen gar nicht im Repertoire. Und siehe da, sie hat sich still und leise auch wieder nach oben bewegt. Ganz genau. Und ja, seit den Quartalszahlen, die ja schon sehr positiv aufgenommen waren, da gab es einen kleinen Rücksetzer in diesen Unterstützungsbereich, den wir auch in einem Sonderformat hier schon mal angesprochen hatten. Also man hat die Marke von ca. 180 Dollar und auch den 100- und 200-Tage-Durchschnitt von oben getestet. Und seitdem eine sehr, sehr positive Entwicklung hier. Ja, von ca. 10% auf der Oberseite. Und jetzt sind wir knapp davor, auch hier die Allzeithochs anzugreifen, die ja im letzten Jahr bei etwas über der 199-Dollar-Marke ausgebildet worden sind. Alle warten auf die 200-Dollar-Marke. Und ja, vielleicht wird in dieser Woche jetzt schon ein Thema werden und auch geknackt werden können. Je nachdem, was auf der Entwicklerkonferenz hier auch verkündet wird, kann ich mir durchaus vorstellen, dass wir die 200-Dollar-Marke dann in Kürze vielleicht hier auch in der Apple erleben werden. Ja, also in langsamen Schritten aber doch stetig wieder aufwärts. Und mit dem großen Schritt ist die CrowdStrike-Aktie aus der letzten Woche hervorgegangen. Wir hatten auch in einem Sonderformat auf dem FreeSox-Kanal über das Unternehmen aus dem Cybersecurity-Bereich berichtet, was fast alle Erwartungen geschlagen hatte und auch beim Ausblick nochmal den Zahlen zulegt. Und das kam sehr, sehr gut an. Kam sehr, sehr gut an. Vorher hat man ja leicht geschwächelt, hat so einen Rücklauf gesehen. Aber man ist insgesamt natürlich im langfristigen Aufwärtstrend, in einem sehr, sehr starken Aufwärtstrend. Und ja, nach den vorletzten Quartalszahlen, also nach den Quartalszahlen im März, war die Aktie relativ volatil, hat letztendlich hier eine große Seitwärtskonsolidierungsrange ausgebildet. Vor den Quartalszahlen nochmal etwas Schwäche gezeigt, sogar kurzzeitig hier den 50- und in 100-Tage-Durchschnitt und auch dieses horizontale Unterstützungsniveau unterschritten. Aber nach den Zahlen war wieder alles gut, könnte man sagen. Die Bewegung auf der Oberseite und jetzt ist, denke ich, der Weg frei. Ja, zuerst vielleicht hier zu den Maihochs bei ca. 358 Dollar und dann auch zu den Allzeithochs über 364 Dollar. Also die positive Tendenz ist wieder vorhanden und da muss man schauen, ob dann vielleicht auch größere Marken hier wieder anvisiert werden. Die 400-Dollar-Marke wird schon von dem einen oder anderen Listen genannt und auch mehr. Von daher ist das sicherlich ein Ziel auf der Oberseite, hier auch für die CrowdStack zumindest mittel- bis langfristig. Auf zu neuen Höhen fliegen, sagt man auch ganz salopp. Das gilt jetzt auch so ein bisschen für die Boeing-Akte. Ich war überrascht, sieben Prozent im Plus in der letzten Woche, denn man hat von Boeing ja eher negative News vernommen. Und tatsächlich am Wochenende schon wieder was. Ein Softwarefehler aus dem britischen Bristol gestartet. Ein Toolflieger nach Las Palmas auf Gran Canaria. Am Ende der Stadtbahn war man gerade mal drei Meter über dem Boden, also irgendwie nicht richtig Schub auf die Kiste gekriegt. Und die Aktie zeigt aber was anderes. Die Aktie zeigt was anderes. Sie zeigt jetzt eine Gegenbewegung, aber sie ist mittelfristig hier weiterhin im Abwärtstrend, muss man sagen. Also sehr, sehr stark in der letzten Woche gewesen. Aber da kommen wir auch wieder in den Bereich einer wichtigen Hürde und eines potenziellen Widerstandsbereichs bei ca. 195 Dollar entsprechend. Das war ja die recht enge Range, die wir hier eigentlich über Monate gesehen haben und die auch im letzten Jahr nochmal nach dem Fehlausbruch auf der Unter- und auf der Oberseite nochmal angelaufen worden ist. Also wir sind weiterhin unter dieser Marke, auch unter der psychologisch wichtigen Marke von 200 Dollar. Von daher muss man schauen, ob diese Gegenbewegung nicht auch wieder abverkauft werden könnte im Laufe der Woche. Ich wäre weiterhin vorsichtig, auch nach diesen Aufschlägen in der letzten Woche jetzt mit zu aggressiven Long-Positionen. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass hier eher nochmal Abgaben folgen und dann vielleicht bei einem positiven Szenario der Ausbruchsversuch auf der Oberseite. Aber aktuell für mich eher nach dieser Bewegung von mehr als 10 Prozent, die wir jetzt in den letzten anderthalb Wochen gesehen haben, eher ein Kandidat für den Rücklauf und eine Konsolidierung in dieser Woche. Ja, und auch stark und nicht erwartet, zumindest auch nicht von meiner Seite, ist die Amazon-Aktie gewesen. Denn man hatte ja noch vor einigen Tagen gelesen, dass es ja ein EU-Strafverfahren gibt wegen Amazon Prime in Höhe von bis zu 600 Millionen Euro, die hier erwartet werden. Aber die Aktie trotzt diesen News. Genau, sie trotzt diesen News entsprechend. Sie kam in der letzten Woche zurück fast punktgenau zum 100-Tage-Durchschnitt und hat dort Kaufinteresse gefunden und dann auch die Woche sehr positiv beendet. Wir haben ja im letzten Monat hier neue Allzeithoves gesehen, aber nur für wenige Stunden oder für ein, zwei Tage. Am nächsten Tag wurde sie wieder abverkauft und wir sind wieder unter die alten Allzeithoves bei ca. 188 Dollar zurückgefallen. Von daher muss man schauen, ob man diese Hürde hier auch zurückerobern kann. Das ist auf jeden Fall ein potenzieller Widerstandsbereich und darüber wären dann sicherlich auch wieder neue Allzeithoves ein Thema. Also hier war jetzt das eine oder andere Mal der 100-Tage-Durchschnitt sehr wichtig. Also der Pullback etwas tiefer hier auch im Aufwärtstrend. Und da muss man schauen, ob jetzt vielleicht hier auch wieder folgerichtig dann neue Hochs winken. Der Aufwärtstrend auf jeden Fall weiter ganz klar intakt. Also hier auf keinen Fall auf der Unterseite sich positionieren, zumindest nicht als Swing-Trader oder Investor, sondern eher darauf spekulieren, dass hier auch nochmal die Hochs angelaufen werden und wir dann vielleicht auch neue Hochs sehen. Die 200-Dollar-Marke ist hier vielleicht auch eine wichtige runde Marke, die perspektivisch dann angelaufen werden könnte. Und da ging es im Detail bei dieser Klage um die Werbefreiheit, weil nämlich still und leise, so sagt es die Klage für die Amazon Prime Nutzer, auf einmal wieder Werbung eingeblendet wurde, die nicht überspringbar ist. Und als Prime Nutzer möchte man ja gerade, weil man auch dafür bezahlt, Filme und Serien ohne Werbung genießen. Genau, also das ist mir kürzlich auch negativ aufgefallen entsprechend bei Amazon Prime. Ich nutze es nicht so regelmäßig, aber viel mehr Werbung entsprechend. Und es sind zwar nicht häufig lange Werbeblöcke, sondern es kommen aber dafür sehr, sehr viele. Also wenn man eine Serie von 45 Minuten schaut, sind es dann häufig drei bis vier Werbeblöcke von ein bis anderthalb Minuten. Und das ist dann schon ein Stück weit störend, wenn man einfach vielleicht schnell mal ein, zwei Folgen hier sich auch anschauen möchte. Ja, also ich schaue mir immer unsere Folgen an, die wir gedreht haben. Da kann man ja auch viel rauslesen auf jeden Fall. Und da gibt es auch keine Werbung. Ja, ist doch auch schön. Auf jeden Fall. Wir bleiben weiterhin hier werbefrei. Wir bleiben werbefrei. Genau. Wir haben auch keinen Sponsoring auf dem Hemd. Bisher zumindest irgendwie nicht. Wenn wir schon mal bei dem Thema Amazon sind, gibt es ja auch das Amazon Lateinamerikas, Mercado Libre. Die sind auch in der Liste aufgetaucht, allerdings als Verlierer. Und nun waren die Zahlen ja sehr, sehr stark gewesen, die wir schon mal vor wenigen Wochen kommentiert hatten. Und die Aktie hat auch einen guten Lauf seit letztem Jahr. Aber jetzt sind die Investitionen, die getätigt werden, vorrangig im Markt von Brasilien doch höher, als man dachte. Und das legt sich natürlich über die Kosten dann auch auf die Gesamtbilanz. Ganz genau. Die Aktie ist ja durchaus volatil. Man sieht, die ist weiter im Aufwärtstrend. Aber die Pullbacks sind auch immer wieder sehr tief ausgefallen. Auch der letzte hier entsprechend Ende April, Anfang Mai. Dann haben wir die positive Entwicklung gesehen mit dem Gap. Aber es ist letztendlich auch nicht gelungen, dann hier über die alten Hochs auszubrechen. Also über die Marke von ca. 1.800, um hier auch mal eine runde Marke zu nennen. Jetzt kann man wieder zurück, auch unter diese kleine Unterstützung bei ca. 1.660. Und ja, man ist im Aufwärtstrend. Aber die Aktie auch gerade aus Swing Trading Sicht für mich nicht unbedingt optimal, weil man immer wieder diese großen Gegenbewegungen hier sieht. und die Aktie nicht so trendstark ist entsprechend, ja, solange sie oberhalb des 200-Tage-Durchschnitts quotiert, weiterhin eher auf der Oberseite zu favorisieren. Aber da wurden jetzt auch schon wieder einige Widerstandsniveaus hier entsprechend, ja, unterschritten oder Unterstützung unterschritten, die jetzt im ersten Rücklauf vielleicht als Widerstand fungieren. Von daher muss man schauen, ob sich die Aktie hier stabilisieren kann und dann vielleicht perspektivisch ja auch nochmal die Wurst des Jahres angreift. Ja, Brasilien ist ja da auch der größte Markt insgesamt. In Lateinamerika gibt es 20 Distributionszentren und in Brasilien allein die Hälfte davon. Jetzt sollen noch zwei neue dazukommen. Und damit einhergehend werden nicht 6.500 neue Menschen eingestellt, sondern sogar 11.000, damit das Ganze noch zackiger und schneller geht. Und da kann man sich ja quasi über den Daumen ausrechnen, dass das zu höheren Kosten führt. Ja, das auf jeden Fall. Die Kostenquote wird hier entsprechend zulegen. Von daher muss man schauen, ob man das dann auch weiterhin mit den entsprechenden Umsatzsteigerungen dann auch kompensieren kann, um weiter entsprechende Gewinne auszuweisen. Ja, im letzten Quartal ist es gelungen. Da ist ja der Umsatz um 71 Prozent gesteigert worden. Aber lass uns noch auf einen anderen Bereich kommen. Wir hatten es anfangs gesagt, der Ölpreis kam unter Druck im Dow Jones-Waren-G-Ölwerte eher, die ein bisschen nachgelassen hatten. Eine Chevron war daher auch der Verlierer im Dow Jones. Und bei Chevron gibt es nicht nur die Probleme mit fallenden Ölpreisen, die irgendwie kompensiert werden müssen, sondern man möchte ja auch den Dritten im US-Markt Hess übernehmen. Und das kostet auch ein paar Milliarden und ist noch gar nicht bewilligt insgesamt. Ja, ganz genau. Die Chevron insgesamt nach diesem Höhenflug, den sie 2021 und 2022 erlebt hat, weiterhin eher in der Konsolidierung hier, auch schon über die letzten Monate oder über das ganze letzte Jahr hinweg, kann man sagen. Ja, ist ja zuletzt nochmal angesprungen. Hier eigentlich im März und im April, jetzt kommt sie etwas zurück. Und dieses Unterstützungsniveau, ja, oder diese Range zwischen ca. 150 und 155 Dollar ist weiterhin für mich hier sehr, sehr wichtig. Darüber eher für mich das positive Szenario hier auch zu bevorzugen. Vielleicht kann man das Ganze auch etwas defensiver angehen und warten, bis dann im 50-Tage-Durchschnitt bei ca. 160 Dollar zurückerobert worden ist und dann auf neue Jahreshochs und auf die Vorjahreshochs hier vielleicht spekulieren. Es ist jetzt eine Korrektur in diesem, ja, zarten Aufwärtstrend, oder den wir gesehen haben in diesem Jahr, in den ersten Monaten. Und jetzt muss man schauen, ob da mehr draus wird. Ja, rund 60 Milliarden soll diese Übernahme bringen oder ist Hess wert, wenn man so sagt. Das wird ja dann in den Chevron-Konzern eingegliedert. Und damit reagiert man im Grunde genommen auch darauf, dass der Branchenprimus die ExxonMobil im letzten Jahr ja auch eine Firma übernommen hat. Das muss ich vorlesen. Pioneer Natural Resources, auch für 60 Milliarden. Da kommt einiges hier zum Tragen. Und im Grunde genommen sind es zwei Big Player, die sich dann den US- und südamerikanischen Raum aufteilen. Ja, ganz genau. Und das Chartbild hat durchaus Ähnlichkeiten hier auch mit der Chevron. Es ist auch eine große Seitwärtskonsolidierungsrange, noch prägnanter als in der Chevron, die sich jetzt über die letzten anderthalb Jahre hier ausgebildet hat. Wir hatten den Ausbruch versucht auf der Oberseite im April entsprechend. Die Aktie kam aber wieder zurück, da sie doch hier schon sehr, sehr schnell weit gelaufen war durch die komplette Range. War schon davon auszugehen, dass dieser Ausbruchsversuch nicht von langer Dauer war. Die Aktie kam zurück, hat sich versucht, um im Bereich des 50-Tage-Durchschnitts zu stabilisieren. Aber ist letztendlich zurückgefallen, jetzt zum 100-Tage-Durchschnitt, aber wieder innerhalb dieser Range. Von daher die Aktie für mich relativ neutral aktuell. Da muss man schauen, ob hier auf der Oberseite nochmal ein Ausbruchsversuch gestartet wird. Solange würde ich mich hier auch eher neutral halten. In der Aktie, wenn man nicht positioniert ist, ist hier nicht unbedingt akuter Handlungsbedarf vorhanden. Ja, der Spruch gilt natürlich auch für Aktien, die noch Quartalszahlen melden. Und damit schauen wir auch diese Woche, was noch ansteht. Am Dienstag kommt der Datenbank-Spezialist Oracle mit Quartalszahlen. Und da wird als Kombination von AI und natürlich Servern und Cloud auch viel Gutes erwartet. Genau, wird viel Gutes erwartet. Die letzten Quartalszahlen sind ja schon sehr, sehr gut ausgefallen. Da haben wir dieses Gap gesehen. Dann aber nochmal den tiefen Rücklauf letztendlich zu diesem Ausbruchsniveaus und zum 200-Tage-Durchschnitt. Seitdem auch wieder eher eine positive Entwicklung. Aber die Aktie ist auch teilweise sehr volatil und nicht unbedingt der Trend stärkste Wert aus meiner Sicht. Aktuell auf jeden Fall das Szenario auf der Oberseite hier zu bevorzugen. Wer die Aktie handeln möchte, dann mit Ziel Jahreshochs auf der Oberseite. Und man kann das Ganze hier absichern unter den letzten Verlaufstiefs. Die Aktie in einem Aufwärtstrend, aber durchaus kommt sie auch immer wieder etwas stärker zurück. Und da muss man schauen. Ich rechne durchaus hier auch mit einem Gap entsprechend, weil wir haben es gesehen, die letzten Quartalszahlen haben alle größere Gaps gebracht. Zunächst im letzten Jahr auf der Unterseite und dann hier jetzt auf der Oberseite. Jetzt muss man schauen, ob da wieder vielleicht ein Gap direkt uns zu neuen Jahreshochs bringt. Ja, auch da ist es ja nicht vergleichbar mit einer Nvidia oder so. Also die Wachstumsraten, die erwartet werden bei Orgel, liegen bei durchschnittlich 5,5 Prozent für den Umsatz. Also durchaus ein Flaggschiff, was aber durchaus auch langsam weiter wachsen kann. Ja, ganz genau. Von daher sicherlich eher für mich ein Wert zum Investieren und nicht fürs aktive Trading. Aber da haben wir auf jeden Fall auch einen Blick auf die Quartalszahlen und dann die entsprechenden Bewegungen. Ja, vielleicht noch einen zweiten Wert, die Broadcom. Die kommt einen Tag später, Mittwoche nach Börslich. Und da geht es nämlich um den Wettkampf mit anderen Chip-Anbietern, mit einer PHLX oder mit einer Marvel Technology. Und Broadcom scheint da so ein bisschen die Nase vorn zu haben. Ja, die weiterhin in einem sehr, sehr starken Aufwärtstrend, muss man hier sagen. Wir haben es schon im letzten Jahr gesehen, die Konsolidierung auf hohem Niveau, dann der Ausbruch und die sehr starke dynamische Bewegung auf der Oberseite. Und jetzt sind wir ja vielleicht wieder in einer ähnlichen Phase wie im letzten Jahr, dass die Aktie hier auf hohem Niveau konsolidiert. Die Rücksetzer, denke ich, konnte man immer wieder nutzen, um vielleicht hier auch schon einzusteigen in die Aktie. Hier auch insbesondere dieser Test des 100-Tage-Durchschnitts bei ca. 1200, 1210. Seitdem die Aktie sehr, sehr positiv. Nochmal der Rücklauf zum 50-Tage-Durchschnitt und für mich hier auch eher das positive Szenario mit neuen Allzeithochs dann zu favorisieren zu den Zahlen. Sollten die Zahlen nicht zu negativ ausfallen oder die Erwartungen nicht ganz erreichen, dann kann man natürlich auch wieder zurückfallen vielleicht und die untere Range-Begrenzung hier testen. Aber insgesamt ein sehr trendstabiler Wert jetzt schon über die letzten anderthalb, zwei Jahre. Ja, und wenn man sogar auf drei Jahre geht, ist der Aktienkurs um 200% gestiegen und die Firma ist jetzt über 600 Milliarden wert. Also steigt auch so peu à peu in die Rangliste der am höchsten bewerteten US-Unternehmen auf. Ja, gar nicht so bekannt oder gar nicht so ein typischer Wert für den aktiven Trader. Aber ich finde die Aktie sehr, sehr spannend, dass sie auch sehr gut technische Niveaus hier immer testet und entsprechend reagiert. Von daher, ja, es muss nicht immer eine Tesla sein oder eine Nvidia. Von daher vielleicht auch mal auf die etwas kleineren Werte schauen, die aber durchaus sehr, sehr gut handelbar sind. Ja, eben. Und das war immer eine Abteilung von Judith Packard, also aus den 60er Jahren. Auch dazu haben wir im FreeStocks-Kanal ausführliche Infos gegeben. Das soll es für den offiziellen Teil hier gewesen sein. Wir gehen gerne noch mal in die Frontale, um Dankeschön zu sagen an alle, die vielleicht auch nur die Aufzeichnung sehen und zu animieren, dazuzukommen, am kommenden Montag wieder ab 10.30 Uhr. Denn dann darf man auch noch Fragen im Chat stellen zu Aktien, die wir uns im Nachhinein anschauen. Ja, von daher gerne ein paar Wunschwerte jetzt hier noch reinschreiben in den Chat. Und ja, dann wünschen wir allen eine erfolgreiche Handelswoche. Sehen uns spätestens am nächsten Montag wieder oder auch bei dem einen oder anderen Format auf dem FreeStocks- oder WA-Safe-Invest-Kanal. Sehr gerne. Bis dann. Ciao. 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 Ciao.